Die Digitalisierung, das ist ein abstrakter Begriff und gleichzeitig durchzieht sie, wie kaum ein anderes Thema, nahezu alle Bereiche unseres Lebens. Dabei gibt es bei aller Begeisterung für neue Technologien auch ernstzunehmende Bedenken. Datenschutz und Datensicherheit müssen für alle garantiert werden. Ich möchte die Digitalisierung in Sachsen nicht dem Zufall überlassen, sondern sie sozial und fair gestalten. Mein Name ist Daniel Gerber. Ich bin Informatiker und kandidiere für die Grünen im Leipziger Nordosten zur Landtagswahl. Die Regierungs- und Parlamentsarbeit in Sachsen muss transparenter werden. Wir brauchen den gläsernen Staat und nicht die gläsernen Bürgerinnen und Bürger. Und wir brauchen auch bessere digitale Bildung, damit alle wissen, dass ein Cookie nicht nur was zum Essen ist. Am 1. September entscheidest du auch über deine Meinungsfreiheit im Netz. Du musst es innover.